Wir bringen bald ein neues Album raus. Also was dieses Album vom vorigen Album unterscheidet, ist vor allem der Punkt, dass wir zusammen das produziert haben, also die ganze Band. Beim anderen Album, bei Expired Warranty, das war eigentlich nur ein Solo-Projekt von mir und vom Produzenten, von Active Sound Records von Patrick Schmider, wo wir Studiomusiker ins Studio geholt haben und damit dann das Album eingespielt haben. Mit dieser Band haben wir jetzt eben das zweite Album, New Breeze, geschrieben und aufgenommen. Als Grundbasis für die ganzen Produktion, für die ganzen neuen Platten, ist wirklich das Live-Projekt mit mir jetzt im Vordergrund gewesen. Wir haben eigentlich gut eineinhalb Jahre damit verbracht, die Songs zu schreiben. Vor allem hat die Mimi sich dazu entschieden, hauptsächlich mit mir Songs zu schreiben, Songwriting zu machen. Und das war eine ganz coole Geschichte. Es sind über den Lauf von anderthalb Jahren sehr viele coole Songs entstanden. Manche davon haben wir wieder weggeschmissen, manche haben wir dazu getan. Wir haben am Anfang probiert, eigentlich die ganzen Songs einmal ohne großen Schnickschnack, ohne zu viel Soundzulage live herzubringen. Und wirklich akustisch zum Klingen zu bringen, bevor wir nachher im Studio beim Benni daheim den ganzen Producing-Vorgang irgendwie mit eingebunden haben. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass sich am Sound noch doch einiges zu ändern hat, weil wir das Ganze einfach sehr akustisch davor angelegt gehabt haben. Und das ja doch eher Richtung Elektropop geht. Und da haben wir dann soundtechnisch angefangen, viel umzubasteln, wir haben viel ausprobiert. Wir haben uns sehr oft getroffen, wir haben einmal eine ganze Woche im Studio verbracht und haben da einfach sehr viel umprobiert. Die Songs für das Album sind entstanden eigentlich durch Zusammenspielen. Also natürlich haben Chris und Mimi die Songs geschrieben, aber wir haben sie zusammen mit der Band ausgearbeitet. Das sind alles keine Studioproduktionen in dem Sinn, sondern entstanden sind die Songs durch Zusammenspielen. Also wir haben uns erst an einen Song herangearbeitet. Wir haben uns erst einmal gespielt und dann haben wir uns überlegt, wie soll denn der Song klingen. Zu jedem Song hat es eine Demo gegeben, das was wir zusammen in meinem Keller produziert haben. Und dann sind wir mit einer fertigen Songvorstellung zum Patrick Schmiderer ins Studio gegangen. Dadurch, dass eben so viel Verschiedenes einkommt, jeder bringt so irgendwie seine eigenen musikalischen Einflüsse mit. Und hat ganz andere Zugänge da und ganz andere Inputs. Und es unterscheidet sich eben dadurch, dass es jetzt von Soloprogramm zu Bandprogramm, also zu Bandprojekt übergegangen ist. Was mir persönlich sehr viel Spaß macht und auch sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und was es glaube ich so weit gebracht hat, dass wir schon ein Stück weit wieder unseren eigenen Sound gefunden haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.